Das ist ein paar Aromen hier. Ja, ja, Portabel auf CQ 80 Meter und Höf. Obla, warte mal, wenn jetzt zu... Wer war da bitte? Ah, Rost, ja. Auf der Halm, ja. Ich hab das Portabel immer noch da drin, natürlich bin ich daheim. Es war im Versehen, sorry, ja. Ja, hier lacht ihr her. Schönen guten Abend, heute mit TL922. Wie freut sich mal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bitte was? Ja, ich hab die 2-500 Infen dran. Schönen guten Abend. Und ich hab den FT-1000 und die TL922 mal wieder eingeschaltet, um zu sehen, ob alles geht.